Ich hoffe, alles gut bei euch und beginnen wir immer mit Tausgaufgaben. Ich hoffe, alles gut bei euch. Sollten plus Objekt plus das Verb am Ende steht am Ende. Und Infinitiv, also in. Zum Beispiel, du solltest im Piro nicht so viel rauchen. Das ist Trauchen. Wir haben eine Übung, das ist Nummer 11. Ja, welcher Rattichlag passt zu welcher Person? Eju, Nasihah, Tunasib, Eju, Schachs. Ergänzen Sie Solt und ordinen Sie zu. Erstens, zuerst beginnen wir mit Frau Rukaya. Sie sollten nicht so viel Fleisch und Einer essen. Wir haben das nicht gelöst. Ich erinnere mich sehr gut. Weiter, Rukaya. Du solltest lieber diesen Ruk anzeigen. Moment, was bedeutet Ruk? Tenura. Anzeigen. Was bedeutet Anzeigen. Was bedeutet an Siehen? An Siehen, hierhert die. Machen wir sie in A1 und aus Siehen. Die ist, wenn sie auf Siehen kommen. Ich habe eine Art von Siehen, aber es ist eine Näsität. Gut. Was bedeutet Näsität? Was bedeutet Näsität in Alemland? Ich habe vergessen. Ah, das ist richtig. Ich habe das vergessen. Ich habe das vergessen. Leider, ich habe das vergessen. Gut. Sie. Sie sollen nicht so viel rauchen. Zwei. Danke. Zwei. Nähd. Ja. D. Du solltest vielleicht mal zu einem anderen Röster gehen. Drei? Vielleicht eins. Vielleicht, röbbar. Wie soll ich lachen? Ja, der Salon ist Tegmied. Ja. 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 Zoltet am Anfang langsam laufen. Ja, jeri. Drei. Ja. Was bedötet am Anfang? Ha'i معakasse jidden. Ja. Fing bedaie. Am Anfang. Jeluhu agudkom raksan. Schönen fenn, schönen fenn, schönen fenn, nähai? Äh, am Anfang. Am Anfang und am Ende. Das ist drei. Weiter. Sie sollten anbieten, wie ich Salz essen. Zwei. Schön wenig Salz essen. Ja. 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 Vennig. Schönen vennig. Achse viel. Wenn Sie wissen viel, Sie wissen viel. Ja. 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 Danke Frau Nwara. Ja. 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 Ich habe leider meine Handy vergesen, vergesen, kann ich mal kurz, kurz, iron. Iron. Iron, Ben, 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 Tizen. Iron, oder Iris? Was ich wähle? Herr, ich wähle irin. Wo ist der Name? Ist es ein Name? Das ist das Thema, was die Name ist? Das ist das. Das. Das ist das Thema. Das ist das Thema. Nein, das ist das Thema. Ears. 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 Danke, danke. Nawara. Danke. 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 weil wir einen Un silently dieser Bibel, wo sie den Kurs haben. Deine? Und meine? Das ist Was bedeutet Stifte? Stifte? Klar. Gut. Haben wir 16? Ja. Frau Noir, ja. Ja. Gib her. Das ist meins. Das ist nicht deins. Das ist Julians. Das ist nicht deins. Gut, das ist Julians. Danke. Frau Nahed? Ja. Ist das deins? Deins. Und wir haben ja schon bei Abgeordneten. Schau für sie, sie haben einen Zugang. Was ist das? Und der Schlüssel, der ist, dass er eine Ere? Gut. Nein, das ist nicht meines. Ist das ihrer? Den hua muzakkaru rafa guldainer. Muzakkaru rafa ira. Gut, egal. Nein, das ist nicht... Meiner. Das ist nicht meiner. Was rach ich guld? Ich habe... Ich habe... Eine. Malte, mifteahe. Schöne mifteahe? Meiner hier. Meiner hier. Meiner hier, denn... Ich habe mein Feuerzeug vergessen. Kann ich... Deins. Deins. Da hum azumala amel asdaqa ingul deins. Wo da mu asdaqa res, mich ingul ears. Yes. Wada? Gut. Das ist gut. Diese Übung, 18. Wer hat diese Übung gehört? Wer hat, wer, man, hat diese Übung gehört? Mönue, ich will. Gibt es nicht mehr. Und... ... ... Sie immer machen die Hausaufgaben. Sie immer. Und die anderen, die Bakiye. Habt ihr nicht gehört? Bakiye, Nahed und Riyam. Nicht gehört? Ja, nicht gehört. Warum? Gut, Bakiye, warum hast du das nicht gehört? Das ist wichtig. Weil ich Arbeit habe. Aha, weil ich Arbeit. Ich habe auch Arbeit. Nawara hat auch Arbeit. Und Sarah auch Arbeit. Gut, und Nahed, warum hast du das nicht gehört? Keine Antwort. Gut. Kannst du mich, Frau Nawara und Samen? Eine Frage, wenn du das nicht gehört hast? Niemand. 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 Gut. Leniwada, B, wie kann ich sagen? Etwas. Und hier? Nichts. Nichts, richtig. Und hier? Etwas. ZI? Etwas. Etwas, richtig. Und? Nichts. Ich weiß nichts, richtig. Und, hallo, ist da? Jemand. Jemand. Komm, wir gehen rein. Ich glaube, hier ist Maman. La Ahad. Halt jetzt Maman noch einmal. Maman. Maman Juddin. Juddin, Maman. Wichtig. Gut. Das ist alles. Gut. 23. 23. Vielen Dank. Das ist Diktat. Gut, wir haben diese Verben und die Nomen hier. Habt ihr schon gut geschrieben? Ja. Gut. Was bedeutet Gewerkschaft? Gewerkschaft. Was bedeutet Gewerkschaft? Naqabtel-Ommal. Richtig. Gut. Was bedeutet Teilzeit? Waqt-Juzi. Teilzeit. Arbeitsplatz. Was bedeutet Rente? Taka'ut. Rente. Allas. Allas. Aus diesem Allas. Bete. Nein. Asebe. Munasebe. Munasebe. Kantine. 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 Cafeteria. Kantine. Das ist Anlass vor Gartcon. Okay, sehr gut. Heute nehmen wir Arbeit und Freizeit. Was bedeutet Freizeit? Waktel-Amel. Wakt-Ferag. Okay, sehr waktel-Ferag. Das ist Freizeit. Kantine. Ja, ja, kraftierier für den Arbeit. Ja. Freizeit. Waktel-Amel. Wakt-Ferag. Wakt-Ferag. Wie können wir fragen? Schon ist es? Wakt-Ferag. Das war's für heute. Was... Was... Hobbies? Was... The Hobbies? Ich weiß, ob wir die Hobbies haben. Wir wissen, was sie machen? Was machst du auf der Freizeit? Was machst du auf der Freizeit? Mal da, Tamil. Mal da, Tasna. Vier Wochen Sprache. Ein Buch lesen. Gut. Sarah und Nawaz, ich mache... ... Hausaufgaben, das machen wir nicht in der Freizeit. Wir machen es später. Wir machen es später. Wir machen es später. Wir machen es später. Was mache ich? Was mache ich? Ich mache es ein Buch. Ein Buch lesen. Ich leise gern ein Buch. Ich leise ein Buch in der Freizeit. Ach so. Frau Nahed für den Fernsehen. Wir machen es später. Das ist eine Funktion der Freizeit. Das ist ein Buch. Das ist eine Funktion. Je lasse ein Buch. Wir machen es später. Was mache ich für den Fernsehen? Wir machen es ja can. Das ist ein Buch. Ich habe das Fernsehen. Und das ist sicher. Man muss ich das Fernsehen. Und hier ist ein Buch. Wir machen es später. Eich versucht man in der Freizeit. Wenn man nachdem. Das ist gut. Das ist gut. E-mail schreib. Okay. Du bist E-mail. Es gibt nicht mehr Arbeit. Das ist gut. Okay, das ist gut. Das ist gut. Jetzt ist gut. Also, das ist gut. Das ist gut. Wir schauen uns die Almagin. Was ist für ein Zeitpunkt? Was ist für ein Zeitpunkt? Wie viele Tage haben wir? Es gibt nicht 4 Stunden. Wunderschöne Zeitpunkt? Wir gehen zum Beispiel. Wenn du nicht mehr machen, was du machen? Alles ist gut. Also, ich habe alles zu tun. Wie ist es, ich habe mich über die Haube gemacht? Was Sie mögen? Nicht nur der Arbeit oder der Arbeit? Haben Sie einen Freund oder Familie? Ich bin nicht so gut. Ich habe einen Pecknick gemacht. Ich habe einen Pecknick gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Kolen, deutsche Arbeitnehmer sind international, spät zu Mainz, was die Saal freie Tage betrifft. Kolen, die deutsche Arbeitnehmer sind international, spät zu Mainz, was die Saal freie Tage betrifft. Und das bedeutet, dass die Saal freie Tage, was die Saal freie Tage betrifft. 20 bis 30 Tage Urlaub und 11 bis 13 Saal freie Tage. Gut. Die Saal freie Tage betrifft, was die Saal freie Tage betrifft. Also fast auch acht Wochen. Gut. Sehr gut. Wir wollen insgesamt, eine ganze Woche, eine ganze Woche an. Danke. Frau Nahend. Ja. Hinter Deutschland flogen Luxemburg mit insgesamt 38 freien Tag vor Österreich und Spanien mit 37 Tagen. Moment. Hinter Deutschland. Bad Allemann. Jetzt flogen Luxemburg mit insgesamt 38 Jahren. Luxemburg. Die sind Bad Allemann. Jetzt flogen Luxemburg. Für Österreich. Aber Österreich und Spanien mit 37 Tagen. Gut. Am unteren Ende legt Japan vor Irland und den USA. Okay. Und dann haben wir vier Esfalt. Japan und Irland, Irland und Amerika. In Japan, woher machen wir alle? In Japan hatten die Arbeitnehmer 31 Tage. Gut. Und? In Irland, 926 und in den USA, nur 12. Urlaub, Urlaubstag und 11 Freitag. Freitag. Ja. In Japan, 31. In Irland, 29. Und Amerika, wenn wir sie 23 Tage haben. Die Deutschen haben 40 Tage. Und die Amerikanischen haben 23 Tage. Das ist viel. Die Tiefe, die Tiefe, also nicht riesen. Aber die Tiefe, die Tiefe. 11, 28, 25. In der Jahre, wie Du siehst? Wie in der Tiefe? Die Tiefe. gut 14 gut 14 tage 28 tage 35 tage das ist 28 tage dank wir wollen frei vier tag vier tage gibt ist die drei drei rechne in deutschland die guld wie viele fahrtage das ist die fahrtage fahrtage vieler fahrtage 11 bis 13. 11 bis 13. 11 bis 13. 12 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 bis 14. 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 15. 12 bis 14. 12. 12 bis 14. 15. 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